Ja, was wären unsere Pyrton-Rennen ohne Lapella? Sie wären Ereignisse, die wir nicht besuchen würden. Das war's für heute. Das war's für heute. Bist du zufrieden oder nicht? Sehr gut, letzte Runde! Super gegangen! Super gegangen! Oh mein Gott! Hallo! Uhhh! Ich habe einen kleinen Biss. Ich habe einen kleinen Biss. Hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! 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 Schöne Säger-Ten! Geh, geh, geh! Willst du Papa umschmeißen? Nein. So, und jetzt hast du gleich deinen Start. Wie geht's dir? Gut. Was ist dein Ziel? Gut zu laufen. 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 Gut zu laufen.